Schade, du hast es leider nicht geschafft. Ich kenne dich zwar nicht, deswegen nenne ich dich einfach Unbekannter. Aber du bist leider in der Pfinze ertrunken. Du hast hier auf jeden Fall lange und schön gelegen, bevor das Schicksal zugeschlagen hat. Rest in Peace. Wo ist denn Tante Käthe jetzt? Im Bus mit dem Lava unterwegs. Die hustet jetzt erstmal richtig rein. Der Rudi ist auch bekannt dafür. Ich bin am Feierabend. Das ist dann so eine besagte Kaffeefahrt. Ja, die fährt mit. Tschüss, ne? Das ist die Kaffeefahrt, ja. Oh Gott. 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 Wo der Rudi sie hinbringt, das ist so eine Halle, oder? Einfach eine Runde rumfahren, ein bisschen Musik anschmeißen und dann mal gucken, was so geht. Oh ja. Du hast die coolsten Kids sitzen ganz hinten. Standard. Standard. Ja immer, ne? Das heißt, grün, letzte Reihe. Dann bist du ja quasi jung als Gemüse für ihn. Das ist richtig. Der hat mich auf Mitte 40 geschätzt. Hör mal, da hätte ich ihm die Füße küssen können für. Ja, ich weiß, ja, ja. Ich hätte es auch nicht gemacht. Kann sein, dass wir einen Einsatz haben, Herr Busfahrer. Taxi ruft an, ja? Ja, kein Problem. Taxi downtown Koslowski. Hallo, Herr Grünfinger. Wir brauchen ein Taxi, eine Goldmine zur Anime-Garage. Sind unterwegs. Der erste Auftrag, auf geht's. Ich hoffe, der hat richtig Cash dabei. Der Goldmine, der soll hier hochkommen. Nee, wir fahren runter. So, okay. Wir können halt nur nicht wieder hoch, ne? Oh, oh. Ich schneide euch ab, Mann. Das ist wie Achterbahn fahren, Alter. Um Gottes Willen, bist du so ein Gefährt schon mal gefahren? Ja. Wie ein Profi, oder? Easy. Wir sammeln dich gleich wieder ein. Wir müssen gerade erst hier, wir müssen erst noch weit. Oh, hey, nicht mit dem Fahrrad reden, Alter. Nicht mit dem Busfahrer reden. Ruf Laman. Isaac, hast schon was gesoffen? Das war doch nur Spaß. Alles easy. Hallo? Katze? Ruf Nummer an. So, haben Sie Ihren Bus bestellt? Ein Taxi, ja. Komm mal rein, mein Junge. Ja, das ist das Taxi. Einmal zahlen in der Mitte. Ja, wir kommen schon mal. Jawoll. Ja, wir kommen schon mal. Jawoll. Jawoll. Auf geht's. Hallo? Das ist ein Bus. Vicky, was machst du denn da? Komm wieder hoch. Bring mal ein Fahrwerk, zieht keine Staffel. Ach, Vicky. Du blockierst die Buslinie. Alles gut? Ja, dann müssen wir so welche kommen. Ich gucke bei dir, Vicky. Soll ich die hochheißen? Alles klar. Jo. Der Bus ist voll gegen mich. Du bist gegen den Bus gelaufen, Madame. Nein. Doch. Du bist wie wild auf den Bus zugelaufen. Ihr habt das auch gesehen. Der Bus ist auf sie zugefahren. Ja, guck mal, wo ich hier auch gerade bin. Bushaltestelle, amigo. Auf Vicky, nein. Blockier dich einfach, du Assi. Lass mein Bus so passen. Lass mein Bus so Arschleut der Maul. Lass unser Bus. Mein Bus. Unser Bus. Mein Bus. Unser Bus. Sag noch einmal unsern und ich schmeiß dich raus. Du kannst zu Fuß gehen. Ich bin hier der Busfahrer. Alles fort auf mein Kommando. Aussteigen. Ich brauch nur eine Sekunde. Double. Double. Aussteigen. Warum passt du jetzt so? Wir müssen noch kurz auf Lama warten. Wie viele Puzzle denn überhaupt hier rein? Kein Problem. Wir haben einen Platz mehr, Double, die wir nicht mehr mitfahren. Okay. Nein, Double, komm. Jetzt hör auf zu heulen. Jetzt kommen wir hin, du Pisser. Komm zurück, Busfahrer. Komm zurück, Busfahrer. Kaufen Sie bitte eine Fahrkarte. Alter, halt die Schnauz. Sonst musste ich es hinein. Halt die Fresse. Übertreibst du jetzt nicht sofort wieder. Schüss dich. Bring den Gegner noch mal um, Alter. Irgendwann dreht ihr den Hals um, ey. Ja, let's go. Wir müssen Knospi auch noch wieder einsammelmajern, ey. Da ist er doch. Alter an, fahr zurück. Ja, da ist er. Steh auf. Steh auf. Oh nein. Oh, Double. Was ist mit dem passiert? Double, du fährst fünf Meter und schon liegt der Erste mit der Fresse im Dreck, ey. Das passiert mit Schwarzfahrern, wenn die keine Karte kaufen. Drehen wir auf die Bucke. Bitte einsteigen. Keine Bullen da, ne? Nein. Komm ich nicht zum Park mit. Warte mal, ja, ja. Einmal einsteigen. Zehntausend Dollar, die Fahrkarte. Einmal einsteigen. Was? Nee. Nein. Nein. Hey, Fötix, was geht? Mach die Mutti jetzt. Stehen bleiben. Stehen bleiben. Stehen bleiben. Hey, wissen Sie, was geht? Bleiben Sie im Stehen. Bleiben Sie im Stehen. Bleiben Sie im Stehen. Bleiben Sie im Stehen. Ein bisschen schneller Humpelbein. Verfolgen Sie. Oh mein Gott. Lass dir nicht vorher bitte raus. Haben wir alle eine Knarre mit? Ja klar. Lass dir nicht bitte schnell raus. Wir kommen. Ja. Oh oh. Oh nein, ich habe nur eine Spielzeugpistole. Einmal eine Knurse rauslassen. Tauf dir mal ein gescheites Auto, mal Facka. Warte. 20, 20. 20, 20. Vorsicht. Da haben Sie sich aber Wurken gegner ausgesucht. Was? Martin muss ich wieder an. Ja, aber komm. Warte, ich mach mal kurz einen Wurken an. Mit einem Bus. Junge. 20, 20. 20, 20. Jetzt sind wir einwichbar. Warte, ich schieß zurück Freundchen. Wir haben grad so ein bisschen Schwuppel. Okay ich glaube. Ja danke. Ich glaube wir müssen nicht schnell bleiben. Ja halt mal an. Ich kann grad nicht. Ey skies los. Hey, immer mal ruhig. Wer schießt denn hier? Ob ihr mal aufhört zu schießen? Aus dem Autorau. Boah, ihr seid ja richtig bewaffnet, Alter. Wolltet ihr mal einen Kofferraum legen? Aussteigen. Der Fahrer steigt jetzt aus dem Fahrzeug aus. Ey, Jungs, kommt mal schnell zum Abonation. 2020. 2020. Hände hinter den Kopf. Die Hände hinter den Kopf. Was schießt du auf mich? Die Hände hinter den Kopf. Warum du auf mich schießt? Wir fahren hier ein bisschen mit dem Bus rum und haben ein bisschen Musik an und du fängst... Ich würde lieber hören auf das, was mein Kollege sagte. Ich bin hiermit festgenommen, junger Mann. An den Busraden stehen bleiben. Nächster. Aus dem Fahrzeug aussteigen. Was geht? Ende hinter den Kopf. Aus welchem Grund? Weil sie festgenommen sind. Aus welchem Grund? Weil sie gerade Police Officer mit Beschuss gedroht haben. An den Bus und stehen bleiben bitte. Ich hätte auch besser mal geschossen, Mann. Nächster. Oh, danke. Hände hinter den Kopf. Der Herr da hinten. Der ist gerade gefesselt eingestiegen. Die Hände hinter den Kopf. Ich wollte mich ein bisschen hinsetzen. Ich hab's nicht. Wenn ich sage, sie stehen am Bus, stehen sie am Bus. Ich hab's in den Beinen. Nächster aussteigen. Und was, wenn nicht? Dann holen wir sie da gleich raus. Das Ding ist, warum sollen denn jetzt alle aussteigen? Weil sie jetzt mal alle festgenommen sind. Warum? Die haben damit doch gar nichts zu tun. Warum? Weil die wieder Langeweile haben. Aussteigen. Halt die Fresse. Und steig aus jetzt. Ich steh doch schon lange hier, Alter. Wir steh doch schon hier. Alter. Du Spasti. Hände hinter den Kopf. So, stell dich da hinten wieder hin. Hände hinter den Kopf. Stell dich hier vorne hin. So, und alle mal hier vorne an die Mauer stellen. Nehmen die Kollegen in den grünen Hosen. Ich hab keinen Thesen dabei. So, sie auch. Hände hinter den Kopf. Wenn ja, weißt du bescheid, was mit deinem Bein passiert. Sieb. Ich steig mal den Kollegen anstellen. Ich hab mir die Fresse so festgemacht, ey. Dass ich meine Arme schon fast nicht mehr bewegen kann, Mann. So. Die Dame. Ich hol eben noch meine Brille aus der Tasche. Einmal aussteigen, bitte. Können Sie die Hände noch? Ja. Hallo. Können Sie die Hände noch nehmen? Ich bin doch schon gefesselt. Wie soll ich die Hände denn noch hochnehmen? Dann ist wieder geballt. Hier stehen sind alle schon abgefertigt. Tut mir leid. Alles gut. Aber ich hab Hunger und Durst. Ja. Und wir müssen jetzt gerade sondieren. So, da ist noch einer drinnen. Auf der Herde ganz hinten. Einmal aussteigen, bitte. Ne, mal kurz bitte die Fresse hinterlösen. Ne, mal kurz bitte die Fresse hinterlösen. Ne, mal kurz bitte die Fresse hinterlösen. Ihr habt doch mit Beschuss hier droht. Sauberat. Und einmal umdrehen und Hände über den Kopf bitte. Haben Sie noch was? Warum? Ne. Weil ich hieß Ihnen sage. Ich fahr doch hier nur mit? Äh, ja doch. Nick, ne. Ne, aber nehmen die Hände. Nimm die Hände. Ansonsten schieße ich mich gleich wieder auf. Ich hätte noch was gehabt. Den Rest kriegen wir gleich, okay? Super, okay. Umso schneller, dass Sie jetzt kooperieren, umso schneller sind wir auf hier wieder durch. Super, vielen Dank. Dankeschön. Und einmal umdrehen am besten, ne? Machen wir jetzt eine Partyzelle oder was? Ja, keine Ahnung, was jetzt wieder der Auftrag ist. Darf man heutzutage nicht mal so mehr Spaß haben. Ja, keine Ahnung, vor allen Dingen. Ganz ehrlich, ich meine... Ja, dann nimmt sich jetzt jeder Kollege mal wieder ein von denen. Wenn es irgendwie Schussankönigin zurückgekommen ist, wenn ihr damit nichts zu tun habt. Die habt ihr doch gedroppt, wie auch. Die zurückgekommen ist. Ja. Und wieso besuchen? Wir können es sich jetzt klären. Wir können es ruhig. Gar nichts gehört. Musik war zu laut. Was? Immer komisch. Hat Ihnen jemand gesagt? Ich weiß gar nicht, warum ihr mich angehalten habt. Redet hier einer. Ja, sie kommt. Weil das ganze hier... Da geht zu der Rothaarigen. Wo meine Kollegin. Da ist noch die Rothaarige. 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 Von Asaki. Ja. Was? Darf ich mit dir mitkommen? Dennis? Was denn Rabe? Hä? Welche Sprüche denn? Was? Ja, er hat doch gesagt, ich darf mitbomben. 50er Kaliber RIP. Aber scheiß drauf. Die Aktion war so gut, wo wir da standen. Und gesagt haben. Fuck it man. Wir fahren einfach weg. Richtig nass. Aber wenn sie auf uns schießen, müssen wir natürlich stehen bleiben. Außer wir schießen halt zurück. Wenn wir alle ausgestiegen hätten, hätten die Probleme gehabt. Dann wäre das hier ganz schön eskaliert. Aber... Warum? Man muss ja jetzt nicht hier eine sinnlose Ballerei forsten. Aber... So, was ist jetzt? Ich berechne gerade einmal ihre Strafe. Herr Dix. Die 50er Kaliber nehme ich einmal an mich. Was? Warum das denn? Weil die illegal ist. Was denn für eine Strafe? Ich hab nichts gemacht. Nö. Haben sie nicht. Was hab ich denn gemacht? Sie haben sich einer polizeilichen Maßnahme entzogen. Entzogen? Erst hat keiner gesagt, ich soll stehen bleiben. Natürlich. Ja, die Musik war so laut. Ich hab nichts gehört. Sie haben dafür Sorge zu tragen, dass Sie die Anweisung vom Polizisten hören und am Straßenverkehr teilnehmen können. Wenn Sie da zu laute Musik hören, dann kann ich Ihnen das gerne auch noch anlassen als Fahren in Fahruntauglichkeit. In was? Was für ein Tier? Fahren trotz Fahruntauglichkeit. Aber ich bin fahrtauglich. Ich hab keinen Alkohol konsumiert. Ja, richtig. Aber wenn Sie die Straßensignale der Polizei und so weiter nicht mehr hören, dann sind Sie in dem Moment nicht mehr fahrtauglich. Also hören Sie auf zu diskutieren, sonst lasse ich Ihnen das auch noch an. Immer wieder ein Vergnügen, Phönix. Immer wieder schön. Was? Was wir jetzt erst mal gegen Sie vorliegen haben, ist der Besitz der illegalen Waffe Kaliber 50. Ja. Dann haben wir den Besitz von illegalen Waffen Zubehörmagazine in 16 Fällen. Ja. Und den Entzug polizeilicher Maßnahmen in Höhe... Bitte? Ja, weiter. Komm. Das heißt, insgesamt haben wir hier einen Bußgeld in Höhe von 10.400 Dollar und 30 Monate Haft. Was? Ich hab keinen umgebracht. Ihr habt nicht auf euch geschossen oder so? Ne, das ist richtig. Sie haben sich allerdings zur polizeilichen Maßnahme entzogen, wie gesagt. Und rennen hier mit einer illegalen Waffe rum. Mit einer Munitionierung, als würden Sie in den Krieg ziehen wollen. Munitionierung? Das ist ja ganz normal. Ja, ich meine... Ganz normal. Ja, wenn man die kauft, dann kriegt man ein paar Magazine dazu. Sonst taugt das ja auch nichts. Ist nur zum Eigenschutz gedacht. Wenn ich Ihnen jetzt hier die Handfesseln abnehme, versprechen Sie mir nicht wegzurennen? Mhm. Gut, dann rennen Sie bitte einmal um. Ups. Ein Traum. Ja, Herr Bix. Ja. Ich bin bereit, Ihnen die Haftstrafe zu erlassen. Das heißt, Sie zahlen 10.000 Dollar und sind aus der Nummer raus. 5. 5. 5. 10. 6. 10. Also mit 6.000 bin ich einverstanden. 10 und 30 Monate. 6 und 0 Monate. 10 und 0 Monate. 7 und 0 Monate. Herr Bix, wir sind hier nicht auf dem türkischen Bazar. Fühlt sich aber so an. Ne. Ja komm, nicht so viel. Guck mal, das ist so viel Geld. Meinst du, wie ich das wieder bekomme, das ganze Geld? Ja, das kann ich Ihnen nicht sagen. Auch nicht durch ehrliche Arbeit. Das ist ein Rattenschwanz, den Sie damit verursachen. Guck mal, so ist das auch alles fein. Dann bin ich hier der friedlichste Bürger aller Zeiten. Aber wenn ich erstmal wieder gezwungen bin, Geld zu organisieren, dann wird das wieder ungünstig. Sie hätten alternativ auch einfach die Musik ausmachen können. Dann wäre das Ganze nicht so eskaliert. Harte die nicht an, das ist die Box, die da hinten drin steht. Ja. Die steht da in der Mitte gegangen. Da vorne. Da hatte ich keinen Zugriff während der Fahrt drauf. Sie waren allerdings einer derjenigen, der getönt hat. Ne, Musik geht nicht aus. Ja, geht sie. Ja, weil ich sie nicht ausmachen kann. Ja, bedauerlich. Ja. Und dann auch noch der polizeilichen Maßnahmen entziehen, indem Sie nicht anhalten, wenn ich Ihnen sage, Sie halten an, Herr Bix. Ja, das habe ich nicht gehört. Ja, das ist ja Bullshit. Der andere mit der Musik haben Sie auch gehört. Und die Schussankündigung haben Sie auch gehört. Ich habe nur Schüsse gehört und habe mich sofort stehen geblieben, wo geschossen worden ist. Oh. 9000 Dollar, letztes Angebot. Wie viel? 9000 Dollar. Acht. Gänzen weniger, 9000. Guck mal, ich bin sofort stehen geblieben. 9000 Dollar. Guck mal, wir sind stehen geblieben. Wir sind erst dann stehen geblieben, als ich auf Sie geschossen habe. Ja, aber da bin ich stehen geblieben. Guck mal, wir hätten auch zurückschießen können oder so. Das haben wir nicht gemacht. Ja, dann bin ich sofort stehen geblieben und alles ist hier seinen gesitteten Gang gegangen. Das ist ja nicht mal eskaliert oder so. Ich finde, da kann man auch 8000 Dollar machen. Ne. Ja, ich stelle Ihnen eine Rechnung aus. Ja, ja, ja. Kaltzeit, wer ist denn der Verantwortliche? Ähm, melden Sie sich mal bitte bei Herrn Bravo oder Herrn Grizzly. Wo sind die? Ähm. Ja, Rudi, was geht? Wir haben Mahlzeit. Wir müssen ja eigentlich, Herr Grizzly ist da vorne. Wo da vorne? Beim gelben Auto. Auto? Wo ist denn hier ein gelbes Auto? Ciao. Ciao. Grüß dich. Ich bringe uns lediglich ins vorige Waffen sein. Wir haben uns eingetragen. Somit stimmt alles. Hab ich doch gesagt. Ja. Ich hab's auch nicht gezahlt. Ich hab's auch nicht gezahlt. Alles gut. Ist abgehandelt. Ist fertig. Dann werde ich Ihnen nachgemacht. Ja, das ist super. Ja. Ich hab grad keine Zeit. Es tut mir leid. Bitteschön. Wir müssen jetzt sofort in den Bus und weiterfahren. Vielen Dank. Musik wieder anmachen, jetzt haben wir eh keine Waffen mehr. Also kann ich quasi wieder einsteigen in den Bus. Ähm, ich weiß noch nicht genau, was da ist, aber äh, wie gesagt, geben Sie die bis vor. Da würde auch nichts auf Sie zukommen. Ja, richtig. Weil ich in den Bus mitgefahren bin. Richtig. Und sie waren nicht mehr Fahrer und ich denke von ihnen kamen da auch nicht, äh, die Beschussberuhung etc. Hä, wieso? Die kamen doch von Ihnen. Mhm. Die Kollegen hatten auch welche durchgegeben. Die Kollegen haben gesagt, wenn wir nicht stehen bleiben, wir öffnen die Feuer auf die Reifen. Ich mein, klarer geht es nicht, oder? Das war dann von uns, nachdem der Fahrer ja nicht angehalten hat. Das stimmt. Ja, richtig. Und dann sind wir hier um die Ecke gefahren und haben hier angehalten. Ja. Das ist gut. Also kamen. Ja, nix. Ja. Ich will Ihnen jetzt die Schuld nicht sein. Das wäre so gerne, wie ich jetzt im 50er kaufen würde, die nehmen sie mir aber sofort wieder weg. So wie mein Name, dann können Sie gerne, äh, zu einem Vorgesetzten gehen und das nochmal in Frage stellen. So, können wir los? Ich mach Ihnen einmal die Tür auf. Was ist mit dir Tatsachen? Ja, keine Ahnung. Wieso muss der mit? So, ich schnall Sie einmal an. Ja, weil ich eine 50er dabei habe und dann will ich mich jetzt mitnehmen. Ja, ich hatte auch eine 50er dabei, das konnte ich hier direkt bezahlen beim Herrn Phönix. Ja, ich anscheinend nicht. Der Herr, das ist hier eine Maßnahme. Ja. Ich bitte Sie einmal zurückzutreten. Herr Phönix, äh, ich hatte auch eine 50er dabei und der Phönix hat mir die abgenommen und die Rechnung ausgestellt. Und gut ist, und jetzt laufe ich hier wieder rum. Bin ein freier Mann. Warum müssen wir denn da jetzt noch mit in SPD? Wie? Weil er mit in SPD muss. Aber warum? Das letzte Mal, dass ich Ihnen das erkläre. Phönix. Danach werde ich Sie zu 100% durchsuchen, ob Sie wollen oder nicht. Das ist mir denn egal. Da will ich Sie abfassen. Pass auf, ich lasse jetzt hier nochmal ganz ordentlich. Es kam aus dem Mist, das zurückgeschossen ist. Warum kann ich die 50er hier bezahlen und der muss jetzt mit in den Knast und da die 50er zu bezahlen? Habt ihr denn nur eine Waffe dabei? Habt ihr denn nur eine Waffe dabei? Dass keiner von Ihnen eine Waffe hat. Sie riechen sich ja gut ab. Ja, Sie waren doch mit mir am reden. Sie sagten, dass den Bus kriegen Sie mit und damit er mal mal abgeschleppt. Ich kann nicht riechen, was meine Kollegen machen. Der hatte jedes Recht darauf, den Bus abzuschleppen. Aber wer hat denn den Einsatz jetzt hier gerade? Niemand. Ja, aber man kann doch nicht einfach den Bus abschleppen, wenn ich den Schlüssel doch ab. Ja, aber der kann halt nicht riechen, wenn sie das Ding abgegeben haben. Gegen den Hälfte Dinger auf der Falco und deswegen muss er mit ins Bedingen. Okay, weiß ich schon. Oh, ja. Oh, Zufall. Falsche Verdächtigung auch noch. Nutsch, dann jetzt abglockieren. Entschuldigung Herr Bix. Nix, Entschuldigung Herr Bix. Entschuldigung Herr Bix. Auf Wiedersehen Herr Bix. So, wir müssen los. Ich verzeige Ihnen Herr Phoenix, ausnahmsweise. Aber noch eine Entschuldigung nehme ich nicht an. Nix bequatschen. Hab auch noch...